Halleluja, 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 Halleluja. Grüß euch Gott, ihr lieben Leute. Es ist Advent, die Stadizeit. Von überall, der Satz beieinander, die ganze Familie im schönen Gewand. Meine Botschaft kommt von ganz drum her und soll euch freuen, den Herrn zu ihr. Das Herz unserer schönen Stadt, die bayerische Herzlichkeit und Tradition inne hat. Der Christbaum strahlt mit tausend Kerzen und bringt euch die Freude in eure Herzen. Das Gläzenbrot und der heiße Glühwein, die Platze und der Stuhl so fein. A frische Brezen und a Wurst, ganz viel Sachen gegen Durst. Der Duft von Zuckerwatt und Mandeln, Lakritz, Zimt und Holz vom Sandeln. Die Standler bieten vieles da und machen manche Träume wahr. Die schönste jedoch, wie jedes Jahr, die sind die strahlenden Augen der Kinderschar. Und der ganze Glanz beteiligt uns viel. Zusammenrücker mit viel, viel. Die Kranken und die armen Leid. Der Alornige, denen sonst so gar nichts freut. Und die Wärme von der lieben Nachbarschaft gibt uns jedes Jahr die himmlische Kraft Vier Wochen vor der heiligen Nacht. Der Stern, den uns die Engel brachten, Sagt euch, Gebäudes Weihnachten. Drum sagt euch das Traunstroner Christkindl. Liebe Leute, seid herzlich willkommen in der Zeit. Ich wünsche euch viel Liebe und Geborgenheit. Dann ist das Glück auch bestimmt nicht mehr weit. Rückt alle zusammen und denkt daran, es gibt auch jemanden, der es brauchen kann. Die Lichter zeigen euch einen Weg zum Kind, wo jeder die Liebe eine Zukunft und einen Frieden findet. Applaus 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 Applaus